Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Schalten. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Schaltet. Schaltete. Hat geschaltet. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich schalte. Du schaltest. Er schaltet. Wir schalten. Ihr schaltet. Sie schalten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schaltete. Du schaltetest. Er schaltete. Wir schalteten. Ihr schaltetet. Sie schalteten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geschaltet. Du hast geschaltet. Er hat geschaltet. Wir haben geschaltet. Ihr habt geschaltet. Sie haben geschaltet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich schaltet. Du schaltest. Er schaltet. Wir schalten. Ihr schaltetet. Ihr schaltetet. Sie schalten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schaltete. Du schaltetest. Er schaltete. Wir schalteten. Ihr schaltetet. Sie schalteten. Den Schluss macht der Imperativ. Schaltet du. Schalten wir. Schaltet ihr. Schalten sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb schalten. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020